Hallo, 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 hallo ihr Lieben, 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 Lieben. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch eingeht es sehr, 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 sehr gut und ihr habt alle einen wundervollen Tag oder Abend oder Nacht. Ich wollte heute mal wieder ein Air Tracing Video machen. Das heißt, ich fahre hier die Buchstaben von einzelnen Wörtern ab und ich dachte, wir machen einfach Triggerwörter. Ähm, quasi Triggerwörter in Kombination mit dem Trigger hier, Hand Movements im Prinzip. Ähm, genau. Und, ähm, ich hab schon mal so ein Video gemacht. Leider hab ich nicht daran gedacht, dass es in der Kamera spiegelverkehrt ist. Weshalb ich heute versuche, es richtig rum für euch zu machen. Drück mir die Daumen, dass alles letztendlich dann doch, ähm, richtig passt. Und, dass ich das nicht zwischendurch wieder verdrehe. Oder, dass es letztendlich dann im Video im Schnitt, ähm, doch nicht richtig rum ist. Wir werden's sehen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an. Das allererste Wort ist ziemlich einfach, denn damit starte ich jedes Video. Das wäre einfach, das wäre auch, ähm, wirklich gewesen, wenn's spiegelverkehrt ist, ähm, bis auf ein Buchstabe. Aber, das bekommt ihr schon hin. Also, 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 korrekt, es wäre, hallo, 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 hallo. Okay. Dann ein etwas schwierigeres Wort, ist glaube ich mein allerliebstes Trigger-Bord. Und das ist gar nicht so einfach Spielverkehr zu schreiben. Und, seid ihr da aufgekommen? Es ist natürlich glücklich und ich schreibe glücklich, also mit Ö und nicht U-E, für all die, die das vielleicht verwirrt. Glücklich, 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 glücklich. so ganz schön dran ok, da bei dem letzten Buchstaben war ich mir nicht sicher, ob das jetzt richtig rum war aber ich hab das bestimmt trotzdem herausgefunden es war der Luftballon okay danach ein ganz klassisches im deutschen und auf englisch ganz klar so, dass es Trigger-Vort ist ich weiß es auf Deutsch, aber das war die Kokosnuss 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 bei Buchstaben N tue ich mir immer schwer, in welche Richtung man nur schreibt normalerweise so ah ok und und, na gut als nächstes so okay glückle Liebe, Liebe, Liebe.... Das passend zum Sommer, der er auch nicht so glücklich da ist... die Blumen ich könnte eigentlich auch mal ein Pinsel nehmen einen Moment ich habe es zu klein Eyeshadow Blenden Blending bitte und damit machen wir einfach das nächste Wort ein ganz kurzes das ist der Kuss. Macht ihr das auch immer so, wenn ihr am Rücken irgendwie bei jemandem Wörter schreibt, wenn man das korrigieren muss, dass man dann so wegradiert? Ich weiß nicht, ob das dafür da ist, dass man dann nichts mehr, also keine vorangegangenen Bindungen auf dem Rücken spürt, wahrscheinlich. Dann als nächstes. Ich schreibe übrigens wie in Buchstaben groß, ich glaube, dass das leichter ist. Das steht dir vor, ich mache ein A und kann das dann erkennen, in kleinen Buchstaben. Ich glaube, großbuchstaben ist ein A. Okay, seid ihr drauf gekommen? Ich mache es nochmal. Und der letzte Buchstabe ein Ende. Das war das Wort flüstern. Flüstern. Flüstern, 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 flüstern. Okay, als nächstes auch eins meiner allerliebsten Triggerwörter und wahrscheinlich auch als einer meiner liebsten ASMRtisten in ihrem Intro verwendet. Das hört sich einfach so gut dran. Und wieder das N am Ende. Und das A klein, 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 klein. Und das verwendet ASMR Summer immer in ihrem Intro mit den kleinen, 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 kleinen Sonnenscheinen. Und ich liebe einfach ihr Intro. Okay, dann als nächstes ein neues Wort. Ich bin rausgekommen. Okay, nochmal halt. Ich bin rausgekommen. Ich bin rausgekommen. Und ich kann auch nicht machen. Ich bin rausgekommen. und der letzte Wurst. Perfekt. 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 Also, wie gut passt dieser Fenstel eigentlich zu meinem Nagellack? Okay, ich habe noch vier weitere Wörter, wobei es sind eigentlich fünf, aber die zwei Wörter und dann können zu einem. Okay. 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 Mögen. Mögen. Lägen, 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 Lägen. Lägen ist ein bisschen voll schwerer Wort. Dann ein Abwort für all die lieben Zuckerschnuten da draußen. Dann ein Abwort für alle Fähne. soco, 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 so dann noch ein Wort für den Sommer und dann noch ein Wort okay thank you, am in there Das war der Schmetterling, 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 Schmetterling. Es ist glaube ich auch ein sehr bekanntes Trigger im Vorhand. Und zum Schluss kommen zwei Wörter. Aber ich finde es einfach schön mit diesem ein Video abzuschließen. Vornehmens. Vornehmens. gute Nacht schlafe gut, schlafe gut, schlafe gut bis bald bye